Ihr wisst ja, wir spielen in letzter Zeit sehr viele Horrorgames, also zwei bisher. Wir sind wohl hier irgendwo angekommen mit unserem Auto und wir scheinen hier irgendwie mit einer Kamera alles aufzuzeichnen. Der Moment in jedem Horrorfilm, wo man sagt, dreh doch einfach um und geh wieder nach Hause. Nein, wir müssen das natürlich, wir müssen hier immer hin und irgendwas machen und uns dann in die Hosen pinkeln. Dorf oder Stadt. Es ist dunkel geworden. Das hier beruht natürlich wie immer auf einer wahren Begebenheit. So, was ist hier passiert? Gut, da ist Licht angegangen und tschüss. Man kennt ja Slenderman an sich. Das ist eine fiktive Gestalt, die sehr, sehr groß sein soll und in den Wäldern wohnt. Oh, ich sehe nichts. Da vorne eine Peer-Street-Dead. Ja, so wie wir demnächst. Endlich. Oh, jetzt sehen wir mal was. Ja, mit so ein bisschen Licht und man fühlt sich direkt entspannter irgendwie. So, dann gucken wir jetzt mal oben, was hier so abgeht. Nicht ganz nett, ne? Was ist das denn? Oh Gott. Oh Gott, seht ihr, was ich sehe? Oh Gott. Das ist ja riesig. Ich will gar nicht wissen, was da los ist. Wir gehen weiter. Da oben steht er wieder. Seht ihr den? Unter der Batterie da oben. Ja. Die Häuser sind übelst safe. Ich glaube, ich würde mich umbringen, wenn hier man noch Batterien suchen müsste. Ich habe schon wieder Stress, aber ganz viel. Das Sound gefällt mir gar nicht. Null. Häuser sind gut. In den Häusern sind wir safe. Safe. Ich bin doch die Ruhe in Person. Was soll da schon passieren? Safe. Alles in Ordnung. Ich hätte noch mal aufs Klo gehen sollen. Wir sind Geräusche hinter mir. Du Häuschen, da bleiben wir einfach drin. Da. Der kommt da nicht hin. Da steht er. Was ist? Was ist? Ich höre den Rechts von mir. Wo soll ich denn hin? Wo sind wir denn hier? Ich habe so schwitzige Hände. Das ist unfassbar. Die Tür zu und wir bleiben jetzt hier. Gott, was? Was? Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Wo muss ich hin? Was? Was? Wo? Oh Gott, ich höre das hinter mir. Hinter mir? Hinter mir? Hinter mir? Hinter mir? Lauf! Da ist dieses Klo wieder. Wo kann ich denn hin? Da. Was soll ich denn machen? Oh, da steht da. Lauf doch mal. Das ist doch krank. Krank ist das. Was? 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 Ich laufe jetzt hier in den Wald rein. Scheiß drauf. Oh Gott. Stress. Hier, klick nochmals Zettel. Noch mal. Scheiß drauf, was da draufsteht. Vier von acht. Was passiert dann? Es gibt hier... Ne, das ist wieder dieses Oma hier nicht weiterkommt Okay, wir gehen wieder zurück Wer ist so krank und macht so ein Spiel? 6 von 8, okay Was? Der läuft auch wie eine alte Oma hier lang Was ist denn? Oh Gott, Stress Ja